Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Woldusa. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich diese kleinen Kleidchen häkel. Das ist so perfekt für so eine kleine Bomboniere oder an eine Taufkarte. Wenn man so Karten selber bastelt, kann man das super auch als Deko verwenden. Ja, und ist so ganz schnell gemacht. Wir brauchen dazu ein Filetgarn. Ich benutze jetzt heute hier so eins in ganz hellrosa Ton. Wir brauchen eine passende Häkelnadel. Hier verwende ich eine 1,25 mm Nadel. Wir brauchen eine kleine Büroklammer, eine Nadel und natürlich eine Schere. Sowie hier noch Zangen. Also ich habe hier so eine Runde und eine zum Abhetzen. Und ihr braucht natürlich für das Kleid unten noch etwas Tüll. So, ich habe jetzt hier so ganz normalen Weißen. Ihr könnt hier auch super, ja, vielleicht von alten Gardinen so Reste, das kann man auch prima dafür verwenden. Wir brauchen so circa ein langes Stück von circa 25 cm. So, wir beginnen. Wir machen uns eine Schlaufe. So, eine Schlaufe machen. Und wir häkeln jetzt eine Luftmaschenkette mit insgesamt 18. Also 18 Maschen anschlagen. Also einfach 18 Maschen. So, hier bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt eine Luftmaschenkette mit 18 Maschen. Diese verbinden wir jetzt zu einem Kreis. Passt hier drauf auf, dass es nicht so allzu verdreht ist. Also es muss schon gerade liegen. Wir stechen in die erste Masche ein und machen uns eine Kettmasche. So, also eine Kettmasche. Und das geht jetzt weiter mit zwei Luftmaschen. Diese zwei Luftmaschen sind unser Steigstäbchen und werden mitgezählt. Wir häkeln jetzt einfach so in diesen Kranz im Kreis halt herein noch weitere 35 Stäbchen. Also, dass wir insgesamt hier 36 Stäbchen haben mit unserer, ja mit unserem Steigstäbchen mitgezählt, ja. Einfach hier so um diese Luftmaschenkette das Ganze umschlingen. Ist das geschafft, schaut es jetzt so aus. Und wir beenden das Ganze, indem wir in die erste Masche hier einstechen und uns eine Kettmasche ziehen. So, da haben wir hier einen schönen geschlossenen Ring. Wir machen jetzt, also es ist oben dieser Halsausschnitt, wie ihr das schon erkennen könnt, ja. Wir häkeln jetzt wieder zwei Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir in jede Masche hier ein halbes Stäbchen hinein. So, also 36 Stäbchen. So, ich mache das jetzt und melde mich. Hier bin ich wieder zurück. Wir beenden auch diese Runde wieder mit einer Kettmasche in die erste, ja, in das erste Stäbchen von unserer Anfangsrunde. Wir häkeln wieder zwei Luftmaschen und häkeln jetzt neun Stäbchen, also insgesamt noch acht dabei. Die erste zählt ja mit, dass wir hier jetzt neun Stäbchen haben. So, und wir beginnen jetzt mit dem Armausschnitt. Und hierzu zählen wir uns jetzt die Maschen, neun Stück, also hier unten an diesem Rand, unserem Häkelstück, neun Maschen zählen. So, die überspringen wir jetzt. Ich habe jetzt kurz die Häkelnadel hier reingesteckt, dass ich mir das mit dem Finger hier markieren kann. Also wir überspringen neun Maschen und häkeln dann wieder neun Stäbchen. So, ich habe jetzt noch ein paar Minuten. So, und das neunte, genau. Wir klappen uns das ganze Stück jetzt so zusammen. Wir überspringen jetzt halt hier von dem zweiten Arm natürlich auch den Ausschnitt. Und stechen jetzt hier, hier alles überspringen, und stechen hier in unser erstes Stäbchen wieder ein und ziehen uns eine Kettmasche. So, das ist jetzt schon die Grundform für die Arme oben. Das kann man schon ganz gut erkennen, das Ganze. So, es geht jetzt weiter. Wir häkeln jetzt wieder zwei Luftmaschen und häkeln hier jetzt in jede Masche ein Stäbchen hinein. So, da müsst ihr jetzt natürlich 18 Stäbchen haben, ja? So. So. So, ja. So. So, wir beenden auch hier die Runde wieder, indem wir in die erste Masche einstechen und uns eine Kettmasche ziehen. So, so schaut es jetzt aus. Ich mache ja jetzt weiter mit diesem Tüll. Ihr könntet jetzt natürlich auch hier in diesem Stäbchenlook weiterhäkeln, wenn ihr das ohne Tüll machen wollt. So ist dieses Grundprinzip hier oben mit diesen Ärmeln. So, ich schneide mir jetzt den Faden ein gutes, großzügiges Stück ab, sodass ich hier noch genug Rest habe. Und jetzt nehmen wir hier oben das Stuhlmelk natürlich gleich vernähen. Jetzt holen wir uns erstmal noch den Tüll. So, also ich messe mir jetzt so ungefähr, ja, 25 Zentimeter ab. So, dann kann man das Ganze so zusammenknullen hier oben. So, knullen, ja, das ist wieder mein super Dialekt. Wir raffen das Ganze zusammen. So, circa 25 Zentimeter. Je nachdem, wie dick ihr das halt gerne haben wollt. So, dann schneiden wir uns das ganze Stück ab. Die Länge, das ist egal, das könnt ihr natürlich so anpassen, auch ganz nach Geschmack. Soll das Kleid halt länger oder kürzer sein. So, ich habe jetzt hier nur diese Stickschere. Also ich würde euch empfehlen, eine normale Stoffschere oder halt, ja, Haushaltsschere dafür zu benutzen. So, dann mache ich mir jetzt gerade das Leben selbst schwer. So, jetzt habe ich es. Also, wir raffen das Ganze hier oben zusammen. So. Schön zusammenhalten. So, dann drehe ich mir das Ganze so, dass es hier unten auch ein bisschen, ja, alles schön ansehlich aussieht. Und dann stecke ich mir hier oben dieses Ende oder dieser Anfang halt hier rein. So. Dass der Tüll hier rausschaut. Also, dass es nur oben so ein bisschen gerade in dem Kleid verschwindet. Dann holen wir uns die Nadel und dann nähen wir das Ganze jetzt fest. So, also das ist jetzt die Variante, wie ich das halt mache. Ich steche das jetzt hier komplett durch Vorder- und Rückteil. Hier durch, dass dieser, ja, dass dieser Tüll mit eingenäht ist. Ihr könnt das natürlich auch, ja, Stück für Stück so annähen, dass diese Öffnung in der Mitte bleibt, ja. Je nachdem natürlich, für was ihr das verwenden wollt. Für bei mir ist das jetzt reine Dekoration, dieses Kleid. Also, das bekommt jetzt keine Puppe an oder so, das muss nicht offen sein. So. Das nähe ich mir jetzt hier immer so hin und her, halt schön fest. So, wenn ihr das alles schön angenäht habt, könnt ihr das hier noch verknoten und dann den Faden vernähen. Hier oben den vernähe ich jetzt auch noch schnell. Das reicht, wenn das gerade so ein bisschen da durchgeht. So, diese, ja, überstehenden Fäden, die schneiden wir uns jetzt ab. So. Und das ist auch schon unser Kleid soweit. Jetzt kann man sich hier unten die Länge, ich habe mir jetzt mal eine richtige Schere, die kann man sich jetzt, ja, ganz nach gewünschter Länge halt hier so zurechtschneiden. So, das Ganze noch ein bisschen so in Form bringen. So, und hier an dieser Taille kann man jetzt einfach noch, ja, gerade ein Band zum Beispiel dran kleben. Ich benutze jetzt hier so ein, ja, so ein Geschenkband. Das ist so ein ganz dünnes. Und dann mache ich mir jetzt gerade so eine Schleife. Ihr könnt natürlich auch so eine Luftmaschenkette häkeln oder mit einer anderen Wolle hier eine Schleife bilden. So, das, ja, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Kleid jetzt noch aufhübschen kann. So, ich mache mir das jetzt gerade so da rum. Und dann machen wir noch eine kleine Schleife dazu. So, ja, da kann man sich das jetzt noch zurechtschneiden. Ein bisschen kürzer, so. Ich habe jetzt hier noch so eine Blume. Das ist auch alles so ein Bestand aus meinem Sammelsurium halt. Ja, und das ist jetzt mir mit so Draht, das passt jetzt bei mir nicht, dass du nicht jetzt gerade mal schnell abpetzen. So, hier rum und dann kann ich mir das jetzt gerade mit Alleskleber hier festkleben. Da könnt ihr natürlich auch die Heißklebepistole benutzen. Dann, ja, dass alles hier schön hält. Ja, oder andere Glitzersteine, kleine Knöpfe, Perlen. So, da habt ihr wirklich so viele schöne Möglichkeiten. So, also mein Kleid ist jetzt schon fertig. Ich zeige euch jetzt noch, wie ich den Kleiderbügel noch mache. So, übrigens, da schneide ich mir noch ein bisschen gerade so zurecht. So, also ist wirklich super schnell gemacht. So, jetzt zeige ich euch noch, wie der Kleiderbügel geht. Also wir holen hier eine ganz normale, ja, Büroklammer. Jetzt klappen wir das Teil, was innen liegt, so nach oben, ja, und klappen uns das so ein bisschen auf. Jetzt schieben wir das andere Ende hier so hin, dass das so ein Dreieck ergibt. So, da könnt ihr ein bisschen das zurecht drücken. So, ich habe jetzt hier so eine Zange mit so einem runden, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt. Es ist rund oben, ja. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen zu lang, deswegen brauchen wir diese Abpätzzange. Und das ist auch nicht viel. Das ist gerade so, wie ihr seht, ja, so einen halben Zentimeter ungefähr. Das machen wir uns weg und jetzt bringen wir das Ganze hier oben noch ein bisschen in Form. So, und fertig ist schon der Kleiderbügel. Also, das ist wirklich super schnell gemacht. Das kann man sich hier auch jetzt noch ein bisschen so festdrücken. So, hier noch ein bisschen, ja. So, passt's. Ja, und jetzt sieht es aus wie ein kleiner Kleiderbügel. Und da kann man das hier in das Kleid reinmachen. Könnte man jetzt natürlich auch noch fixieren mit ein bisschen Kleber. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass es hält, ne. Ja, und das Kleid könnt ihr natürlich für viele Dekozwecke halt super benutzen. Also, wirklich schnell gemacht hier jetzt halt mit dem Tüll. Könnt ihr natürlich auch andere Stoffe benutzen. Oder das Ganze so festnähen, dass es halt auch eine Puppe anziehen kann. Sieht auch klasse aus an einer Bonbonniere zum Beispiel. Oder als Taufgeschenk, wenn man das so als Geschenkeanhänger benutzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.